Ja Leute, heute geht es um etwas ganz besonders und zwar heute machen wir aus einem Kartenspiel quasi ein Brettspiel. Und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze ablaufen wird, schauen wir uns gleich an. Zunächst einmal, ich liebe einfach Spiele, die quasi auf dem Table, also Tabletop-Spiele, liebe ich sehr. Sei es mit Würfel, sei es mit Karten oder eine Kombination aus allem und das gefällt mir immer sehr gut. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ein TCG indirekt als Brettspiel zu machen. Aber dafür gehen wir einmal rüber und gucken uns natürlich an, um welches Produkt es sich handelt. Denn das Ganze ist einfach in einem Produkt erhältlich. Wir haben ein Produkt und können sofort spielen. Dementsprechend schauen wir uns das jetzt eben mal genau an. Ja und ihr seht auch, es geht um Disney-Locana, um das TCG. Und ihr seht hier, es gibt ein neues Produkt. Und da geht es eben darum, dass man eben gegen Ursula antreten muss. Und wir öffnen uns jetzt ganz natürlich im Schnelldurchlauf. Und wir sehen hier, hier ist wirklich viel drin. Nicht nur, dass wir natürlich Anleitungen und Ähnliches drin haben. Nein, nein, nein. Wir haben hier auch Decks drin. Um genau zu sagen, drei Decks. Warum drei? Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Zusätzlich sehen wir hier, dass wir hier noch ebenfalls noch andere Packs haben. Wir haben natürlich hier Ursula. Das ist natürlich klar. Ebenfalls hier noch ein paar Erklärungen. Kommen natürlich auch später zu. Und das Besondere natürlich, wir sehen es ja schon in der ganzen Verpackung, dass wir eben hier auch aus Pappe eben Chips haben, die relevant sind dann eben fürs Spiel. So, hier ist das Ganze nochmal eben eingehüllt und ausgepackt, was ja sehr wichtig ist. Wie gesagt, wir sehen hier Ursula. Gegen Ursula werden wir spielen, was sehr nice ist. Ich mag auch diesen goldenen Flair. Alle Karten sind golden. Auch hier das komplette Ursula-Deck. Das heißt, Ursula hat ein eigenes Deck, was sehr nice ist. Dann haben wir eben solche Karten hier. Die habe ich ja eben erwähnt, dass es die hier gibt. Die sagen was über den Schwierigkeitsgrad aus. Also wir können leicht, mittelschwer oder ganz schwer machen. Und wir entscheiden uns natürlich für leicht, weil wir wollen natürlich hier langsam herein gehen. Dann gibt es hier eben drei Decks drin. Alles in einem Produkt, finde ich sehr, sehr nice. Wir haben hier drei Decks. Einmal Ursula-Deck selber. Wichtig hier zu erwähnen ist, dass dieses Deck anders funktioniert als herkömmliche Lucana-Mechaniken. Also das heißt, hier ist es ein bisschen anders. Und dann haben wir zwei spielbare Decks, die man eben benutzen kann, dagegen zu spielen. Wir haben einmal ein Zauberbesendeck, also eben mit Mickey Mouse natürlich. Ihr seht natürlich auch. Und dann natürlich, es ist insgesamt Stahl in Kombination mit, wo ist es da? Mit Lila. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall voll im Schattenreich. Super gute Karte. Also es ist natürlich Draw-Power, aber wir setzen hier auch, unter anderem, wir haben es eben schon gesehen, hier auf Robust. Also auf Schadenreduzierung hier auf jeden Fall auch drin. Kann sehr, sehr stark sein. Und dann auf der anderen Seite, was mir auch sehr gut gefällt, ist Rot mit Gelb. Mulan, um das zu sein. Ja, und ihr seht ja schon, Mulan als Holo, ja eine Legendary. Habe ich einfach mal eben so gratis mitgenommen. Ist sehr nice. Gefällt mir auch sehr gut. Vor allen Dingen für Leute, die sie nicht gezogen haben, wie ich, bekommen sie hier sogar in Holo drin. Nehmt man mit auf jeden Fall. Und allgemein ist natürlich Drachen, Drachenfeuer hier drin. Also allgemein Rot, ne? Zerstörung, aber auch eben Gelb mit der Unterstützungsfunktion, was natürlich sehr gut passt, weil man eben dann sich gegenseitig unterstützen kann. Das Ganze ist übrigens ein Spielmodus, den man alleine spielen kann. Also mit einem Deck, so wie ich das gleich machen werde. Aber man kann das Ganze auch mit mehreren Spielern spielen, sogar mit bis zu vier Spielern. Dann aber gibt es Sonderregeln, weil Ursula wird natürlich dann auch stärker. Wäre unfair, wenn sie gleich stark bleiben würde. Und dementsprechend kann man dann mit guten Freunden spielen. Man muss nicht übrigens hier das vorgefertigte Deck nehmen. Nein, nein, nein. Man kann auch sein eigenes Deck nehmen, was ja nice ist. Oder man nimmt dieses Deck, rüstet es mit neuen Karten auf oder ähnliches. Ich kann schon mal sagen, kleiner Spoiler. Mit diesen Decks ist es definitiv machbar. Aber es ist nicht so leicht, wie man denkt. Also mit eigenen Decks, denke ich mal, ist man da besser aufgestellt. Aber die funktionieren auch super. Auch hat man sich Gedanken gemacht, dass sie gut zusammen harmonieren. Dass sie auch passen, vor allen Dingen auch eben gegen das andere Deck. Weil wäre irgendwie ungünstig, wenn hier nur Karten drin sind, die quasi nichts bringen. Der Vorteil ist, wenn ihr dieses Deck spielt, dass ihr hier Item Removal drin habt. Eben aufgrund von Stahl. Stahl hat die Möglichkeiten, eben Items zu removen. Was sehr, sehr gut ist. Dafür rot natürlich den Zerstörungsaspekt. Also muss man überlegen, was ist. Wie gesagt, im Team spielt ihr gegen Ursula. Bedeutet also, vielleicht solltet ihr euch eben eure Decks aussuchen. Aufgrund der Kombination. Also wir haben Zerstörung. Hier haben wir Item Zerstörung. Einfach zusammen. Perfekt spielen. Gegen Ursula. Passt perfekt. Ihr spielt nämlich immer zusammen. Nie gegeneinander. Zusammen gegen Ursula. Und das ist eben der nice an der ganzen Sache. So, und jetzt wollen wir natürlich das Spielfeld angucken. Denn hier gibt es natürlich noch ein Spielfeld. Und das Spielfeld ist etwas größer. Passt gar nicht hier ganz drauf. Und hier sehen wir, dass wir eben einmal das Szenario-Deck haben. Das ist eben dieses Deck von Ursula selber. Also wir haben hier ein Ursula-Deck. Dann natürlich ein Ablagestabel. Was wichtig ist. Brauchen wir natürlich. Dann die Hand. Ja, Ursula wird eine Handkarten besitzen. Dann haben wir natürlich Ursula selber. Die habe ich aber im Video zur Seite geschoben. Weil man einfach dann besser alles sehen konnte. Ups, jetzt habe ich mir eine Ursula hier zur Seite geschoben. Also hier eigentlich Ursula. Die sagt, man spielt dagegen. Ist klar. Ihr legt euch das aus. Spielt gegeneinander. Dann der Tintenvorrat. Ja, natürlich. Ursula hat auch einen Tintenvorrat. Der jedoch nie erschöpft wird. Denn der ist einfach da. Und man kann einfach immer ausspielen, wie man passende Tinte hat. Und natürlich dann Ursulas Feld. Natürlich. Und hier unten sehen wir schon Legenden bis 40. Denn ihr habt verloren, wenn Ursula 40 hat. Und ihr habt gewonnen, wenn ihr selber 20 habt. Wichtig, falls ihr im Team spielt. Wenn mehrere Spieler mitspielen, müssen alle Spieler über 20 kommen. Es reicht nicht, wenn einer über 20 ist. Alle müssen über 20 kommen. Also von daher ist das eben sehr wichtig. Hier ist auch nochmal der Ablauf, was sehr gut ist. Aber da gehen wir eben gleich Stück für Stück im Gameplay ein. Und so hat man eben das, dass man hier gegen einen Boss antritt. Und in diesem Fall Ursula. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr nice, dass es hier gibt. Ihr nehmt einfach ein Deck. In diesem Fall jetzt, wie gesagt, wir werden jetzt hier mit Rot und Gelb an den Start gehen. Und werden jetzt hier eben gegen Ursula ankämpfen. Mal gucken, ob ich gewinnen werde. Und ich werde es dabei einfach mal in Ruhe erklären. Ja, zu Beginn ist das natürlich ganz normal. Wie immer, ihr zählt 7 Karten. Könnt dann wieder Karten zurück ins Deck legen und neue ziehen, um das aufzuziehen. Das heißt, ihr könnt eure Hand verbessern. Das ist allgemeine Sache, die in Lokaner sehr nice ist. Einmal aufgrund der Tatsache, ihr könnt immer spielen. Beziehungsweise ihr könnt eben passende Karten, die ihr nicht braucht, eben weglegen. Ja, und dann bei Ursula. Ursula selber hat keine aktive Start-Hand, wird aber zu Beginn des Zuges immer 2 Karten ziehen. Und dann eben dementsprechend die ganzen auch ausspielen. Ihr fangt nicht an, sondern Ursula fängt an. Und ja, der anfängende Spieler darf eigentlich keine Karten ziehen. Aber in diesem Fall ist das natürlich notwendig, weil dann hätte Ursula ja keine Handkarten. So, das Besondere hierbei ist jetzt, die Handkarten werden einfach abgefrühstückt. Bedeutet also, das, was drauf ist, wird gemacht. Wenn es eine Karte ist, die 0 kostet, also 0 Tinte, darf die sofort ausgespielt werden. Wenn es eine Karte ist, die mehr Tinte braucht, muss man gucken. Ob man eben den Tinten vor Ort genug hat. Falls nicht, wird die Karte direkt zur Tinte. Heißt also, man kann hier eben sehr schnell dann Tinte aufbauen. Wenn nicht, also wenn man genug Tinte hat, wird die Karte einfach ausgespielt. So, und dann ist man halt selber dran und spielt ganz normal. Also ganz normal Tinte, ganz normal eben die Charaktere. Und dann auch ganz normal die Mechaniken, wie es ist. Und dann ist halt wieder Ursula dran. Und dann wird das Ganze eben weitergemacht. Ursula zieht wieder, beziehungsweise vorher wird noch gecheckt, ob man was hat, was man aktivieren kann oder nicht. Dann ist Ursula dran, zieht wieder, spielt aus. Falls nicht möglich, dann eben als Tinte. Und dann geht wieder der Zug ab. Und so geht es dann immer weiter und weiter. Hierbei merkt man natürlich dann, dass natürlich Ursula sehr mächtige Karten hat. Ursula hat einfach Karten im Deck, die sowas sagen wie, alle erschöpften Gegner werden einfach nicht bereit gemacht. Das ist noch einer der harmlosen Effekte, der sehr starken Effekte. Aber da gibt es auch zum Beispiel eins, ja, dass man einfach sagt, alle erschöpften Charaktere müssen zurück auf die Hand. Und das ist natürlich unglaublich stark. Weil so einfach müsst ihr halt eben noch mehr Züge brauchen, um das Ganze auszuspielen. Ebenfalls natürlich Schaden an verschiedenen Charakteren. Das ist natürlich auch sehr interessant. Bedeutet, wenn ihr nicht so viel Verteidigung habt, dann sind eure Charaktere auch ganz schnell weg. Und natürlich auch bei Ursula gibt es Charaktere, die eben mehr als eine Legende erkunden. Ja, Ursula erkundet sehr viel. Also sie erkundet, erkundet, will schnell auf 40 kommen. Und bei 20 ist eine magische Grenze erreicht. Normalerweise hätte ja ein normaler Spieler bei 20 schon gewonnen. Hier ist das Ganze eben nicht so. Denn hier ist es so, dass Ursula dadurch stärker wird. Weil quasi die Hälfte des Ziels erreicht ist, dann dürfen eben mehr Karten gezogen werden. Und das merke ich dann auch hier im ersten Spiel gerade, dass das ein Riesenproblem ist. Vielleicht hätte man das vorher verhindern sollen. Irgendwie die Monster schon vorher zerstören, dass man eben das Ganze nicht machen kann. Beziehungsweise verbannen, wie es ja in Lokaner heißt. Bedeutet also hier eben die Charaktere verbannen, dass man nicht auf 20 kommt. Ihr müsst dann eben überlegen, wie auch im normalen Spiel, will man selber erkunden? Oder möchte man eben angreifen? Das ist hier eben die Sache, beziehungsweise Challengen. Und dann wichtig ist eben das sogenannte, der Kampfplatz. Und der Kampfplatz ist ja diese Einheitskarten, wo gesagt wurde, wie schwer der Schwierigkeitsgrad ist. Wir haben den einfachsten genommen. Und da ist es eben so, dass wir selber Legenden ausgeben können. Also von unseren eigenen ausgeben können. Und dann gewisse Effekte nutzen können. Zum Beispiel entferne bis zu zwei Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können unsere Charaktere indirekt selber heilen. Dann haben wir ebenfalls zwei. Mach einen Charakter deiner Wahl bereit. Und der Schöpfer einen anderen Charakter deiner Wahl kann auch sehr gut genutzt werden. Gerade eben vielleicht, um eventuell zweimal eben dann eine Challenge durchzuführen. Oder eventuell natürlich auch zu erkunden. Und zu dritter Letzt, äh guter Letzt besser gesagt, drei. Eine Person deiner Wahl zieht zwei Karten. Das ist natürlich sehr stark. Natürlich ist es oft so, dass dann irgendwann mal die Karten ausgehen. Und so kann man dann zwei neue Karten ziehen. Was einem natürlich hilft, dann eben Ursula aufzuhalten. Jedoch auch natürlich, deine Legenden gehen weiter runter. Bedeutet also, Gewinn dauert etwas länger. Da muss man eben gute Balance finden. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, und ihr seht natürlich, da Ursula ja irgendwann dann ja auch den Tintenvorrat hat. Äh, wie ihr seht hier immer mehr bekommt. Kommt immer stärkere Charaktere. Und vor allen Dingen natürlich durchziehen. Ähm, sie kann mehrere spielen. Also nicht nur ein Charakter. Nein, nein. Auch zwei. Und dann später eben auch aufgrund von Items. Oder auch eben, wenn sie über 20 Legenden gekommen ist selber. Einfach noch mehr Karten spielen. Und sie kann alles ausspielen. Bedeutet, ihr schafft es, alle Karten des Gegners eben, ähm, ja, zu verbannen. Bedeutet also, der Gegner hat nichts. Ursula kann eigentlich nichts machen. Zieht drei neue Karten. Bumm. Drei neue Kreaturen sind wieder da. Und schon geht das Ganze wieder von vorne los. Und ihr selber müsst da sehr mit den Ressourcen aufpassen. Ja. Und wie gesagt, man merkt auf jeden Fall, man muss aufpassen. Will man eben darauf gehen, den gegnerischen Charaktere zu verbannen. Oder möchte man selber eben auf Legenden gehen. Natürlich habe ich sie nicht auf mich sitzen lassen, dass ich das erste Mal verloren habe. Bedeutet also, wir machen hier eine Revanche. Und diesmal mache ich Strategiewechsel. Diesmal setze ich gar nicht darauf, so viel die gegnerischen, also Ursulas, ähm, Kreaturen, ähm, zu verbannen. Nein, nein. Diesmal möchte ich selber ganz schnell auf die Legenden gehen. Dementsprechend habe ich meine Hand auch sehr schnell angepasst. Habe vor allen Dingen Mulan in der Hand behalten. Tinte drei und zwei Legenden zum Erkunden. Was sehr, sehr gut ist. Passt natürlich sehr gut. Also möchte ich gar nicht groß darauf setzen, eben die Charaktere von Ursula. zu verbannen, sondern einfach selber immer wieder zu questen und immer wieder für Legenden zu gehen. Natürlich, ab und an ist ein strategischer Angriff dann doch mal sinnvoll. Gerade eben, wenn man Richtung die 20 kommt. Oder wenn man eben einen Charakter hat beim Gegner, der wirklich nervig ist. Dann kann man das Ganze natürlich machen. Man muss auch zugeben hier, ich habe sehr Glück gehabt, dass eben gerade die teuren, aber auch Spielstabenkarten ziemlich früh kommen. Zum Beispiel Tsunami sagt, verbanne alle gegnerischen Charaktere. Oder welche Karte eben jetzt hier aufgedeckt wurde, ist Wellenbrecher. Verbanne alle gegnerischen Charaktere und Gegenstände und Orte, die zwei oder weniger kosten. Ist gerade im frühen Spiel sehr, sehr stark. Aber kostet auch sechs Tinte. Hat man meist natürlich nicht so früh. Bedeutet, sie wird selber zur Tinte. Und da haben wir natürlich Glück gehabt, dass das Ganze nicht später gekommen ist. Sonst wäre das hier vielleicht ganz anders ausgegangen. Ja, und wir merken hier, ja, auch obwohl wir hier eben alle zurück auf die Hand gehen, wir wollen hier einfach für Legenden gehen. Ist egal, mach was du willst, Ursula, mach was du willst. Wir wollen hier wirklich für Law gehen. Wir wollen eben Legenden sammeln und dann gewinnen. Und ihr seht, es geht sehr, sehr schnell. Wir sind hier sehr zielstrebig, haben natürlich auch eine gute Starthand gehabt. Und haben am Ende dann jetzt hier die 20 Legenden erreicht. Und jetzt, wo wir gewonnen haben, kommt am Ende natürlich der Preis. Nur die Siegreichen dürfen dieses Päckchen öffnen, um den Inhalt zu beanspruchen. Wir haben gewonnen, wir sind Sieger, also können wir das hier machen. Und zwar, andernfalls geht der Inhalt für alle Ewigkeit an den Besitz der Seehexe Ursula. Ne, 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 das ist nicht so so. Wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Sieht sehr edel auf jeden Fall auf. Und, oh, das ist sehr, das ist, glaube ich, eine Karte. Das ist gar nicht so leicht zu öffnen. Ich will halt nicht die Karte jetzt da drin. Oh nein, wie mache ich das denn jetzt auch ohne? Ja, komm, warte. Leute, da muss die gute alte Schere her. Da muss die gute alte Schere her. So, wir machen das hier ein bisschen runter. Wenn wir die Karte, ich glaube, es ist eine Karte natürlich, nicht anschneiden. So, öffnen wir das Ganze. Und die Karte doch abgeschnitten. Nein, Spaß. So, noch was haben wir hier? Oh. Hälfte der Hex. Juwel, Krone, Gegenstand. Sechs. Ziehe eine Karte oder bei zwei, ähm, wirf eine Karte ab. Ich schöpfe einen Charakter deiner Wahl. Oh, zerbrach eine Krone aus Set 5. Okay, das ist nice. Einfach eine Karte schon aus Set 5. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist schön. Schön hier angeteast aus Set 5. Gefällt mir. Nehmen wir doch mit eben hier ebenfalls als Preis. Ja, und das war eigentlich im Großen und Ganzen das ganze Spiel. Das ist Ursulas Return. Eben quasi das Spiel, kann man förmlich sagen. Beziehungsweise die Chroniken. Macht unglaublich viel Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich alleine gespielt habe. Ich muss zugeben, mit jemand anderes zusammen würde es natürlich noch viel mehr Spaß machen. Aber ey, auch alleine macht es Spaß. Also man kann es auch durchaus alleine spielen. Und man merkt auf jeden Fall, dass es gar nicht so einfach ist. Also man kann natürlich sein eigenes Deck bauen. Man muss, wie gesagt, nicht dieses Deck nehmen. Und wenn man ein eigenes Deck nimmt, kann man dementsprechend natürlich auch versuchen, da eine Strategie zu entwickeln, wie man am besten gegen Ursula ankommt. Theoretisch kann man sogar ein Deck extra gegen Ursula passend machen. Denn es gibt ja ein paar Karten, die vielleicht eventuell im 1v1 gegen einen anderen Spieler nicht so gut sind. Aber eben gegen Ursula sehr gut sind. Also kann man da eben dementsprechend dann Karten reinpacken und sein Deck aufbessern. Wege gibt es da auf jeden Fall. Und falls es dann so leicht wird, wie gesagt, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad einfach ganz einfach erhöhen. Und da ist es natürlich so, dass Ursula insgesamt auch mehr Karten sieht. Bedeutet mehr Karten, mehr Kreaturen, mehr Effekte. Bedeutet also, mehr Aktionen werden stattfinden. Und natürlich ist es dann für euch deutlich schwerer. Aber es ist noch, glaube ich, fair, weil ihr dann eben auch ein gut eingespieltes Deck gebaut habt. Was natürlich dann auch deutlich stärker ist als eben die zwei, die dann da eben mit dabei sind. Obwohl ich zugehe, dass die eben schon sehr gut harmonieren und auch zusammen passen. Und das Allerneiste ist halt einfach, dass das alles in einer Box ist. Ihr holt einfach die Box, könnt spielen. Let's go. Theoretisch kann man auch sagen, man kann mit drei Spielern spielen. Eine Person könnte ja theoretisch Ursula spielen. Aber natürlich will man eigentlich eher das Teamgefühl haben. Also zwei gegen eins, also zwei gegen Ursula kann man definitiv ganz einfach machen. Wie gesagt, wenn jemand auch zu Hause ein Deck hat oder einfach ein Zerstarter-Decks. Ganz einfach nehmen, fertig, let's go. Reingehen, spielen. Wird auf jeden Fall lustig und macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und es ist ein sehr interessantes Konzept. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was in Zukunft da kommen wird. Mir gefällt wie gesagt sowas sehr gut, wenn man eben Karten spielt mit quasi Brettspiel. Ja, ich weiß, hier ist kein Brett dabei. Aber quasi mit einem Brettspiel kombiniert. Gefällt mir eben sehr gut und macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen guten Einblick geben, wie das Ganze eben funktioniert. Und vielleicht habe ich euch ja angesteckt. Schreibt euch in die Kommentare, ob euch so ein Modus gefällt. Weil mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Vielleicht euch ja auch. Lass es mir einfach wissen. Und ich wünsche euch dann jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer viel Spaß beim Duellieren.